heiho leute und herzlich willkommen zurück in meiner reihe folge ramos xh mit den baron bariala du kannst gleich starten ich hab auf dich gewartet im übrigen ist jetzt hier live koop dieser session ja der baron sitzt quasi vor mir da wird in die fresse geballert du dummelsau du er wird leicht mit dosen geworfen weißt du was ich bald mit der mache warum hast du ein feuerzeug das hast du mir geschenkt stimmt das ist mein feuerzeug ja weil du ja immer streichhäuter benutzt hast das wollte ich dir überzeugen die haben Urlaub steht hat meine kamera leider nicht angestossen weil irgendwas war stimmt die hat sich aufgenommen da hab ich so kurz abgestöpselt tja hättste eine von trust gehabt ja dann wäre es eine katastrophe gewesen ich sehe ja so mein mikrofon war nicht korrekt eingestellt das ist richtig du warst voll neu sehen team speed jetzt höre ich dich besser danke bitte soll ich noch ein bisschen lauter machen aber ne lass mal du übersteuerst du übersteuerst sowieso immer wenn du anfängst wenn du lange zeit still warst und dann anfängst zu reden ich weiß das ist aber ich weiß nicht woran das liegt achso warte mal eventuell weiß ich doch woran es liegt alter 1 fps gerade achso und ich dadurch übrigens mit dem laptop weil ich bin beim besagten Baron includer gibt es ohne höchst voll tatsächlich weil das ist ja bei geile musik hier action musik ja bei mir auch weil action musik gleich ist hier atomkrieg alter ich hatte gerade einen in-camp von 155 karten wir haben besser zeigt ja noch mal drüber schauen ich muss jetzt mal gucken wo wir stehen geblieben sind es ist nicht ganz der spielstand wobei doch ist doch doch ja ich hab hier mein schiff was gerade ankommt das ist schon der richtige davon habe ich den 11,9 millionen so warte mal ich wollte hier glaube ich was verkaufen was bist du alles sieht so anders aus hier auf dem laptop weil der bildschirm einfach kleiner ist achten wir den admiral anweser mann schiff unter beschuss ein schiff ist ohne beschuss so wir wollen jetzt eine tanke stimmt ich wollte hier jetzt jagd auf die piraten sicher dass dir auch niemand gefolgt ist warte mal ich muss doch erstmal du bist nicht gekommen um dich uns anzuschließen oder bin ich denn bescheuert ja muss mal hier ein paar bananenfelder weg machen nein aber du bist hier zwischen lager lalalalalala lalala schüsch das ist ja dein schlachtkreuzer diese fährt das escort schiff vor dem schiff was eskortiert werden soll weiß dummhausen ist die feierlichkeiten sind beendet feindlichkeiten zu ende in kampf fällt die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert jetzt ja und bring dein papa doch den hut nach draußen in kammel stinken die bei 1460 so gleich sind die öltanker die beibringen wie sie geschäfte das ist okay jetzt habe ich schon mal zumindest eine infrastruktur das problem ist nur mehr druck im kessel ich habe zu wenig stahlträger ich muss das schiff noch mal die neue welt schicken weil die alte welt schicken um stahlträger zu wollen dass es zu belassen schiff unter besonderen schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt hatte nicht vier schlachtkreuz und neue befehle zwei schiffe zerstört beide schiffe haben segel gedroppt die waffenruhe wurde beendet warum sind die segelschiffe schneller also genauso schnell ich liebe die schöne chance für eine gerechte sache 1 verrat es keine schlagen sie sich eine patrouille vorbei ich weiß warum er hier entfällt er bringt mir hier stahl und beton ich weiß weil ich ich weiß zwar nicht mehr genau wofür jetzt weiß ich wieder wofür bereit machen das ist ja kein kaffee kaffee so du 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 dummelsauger wissen hier seife seife ist ein volles lager ich hatte Angst zu wenig seife zu haben aber brauche ich nicht checken kassel unter dampf kassel unter dampf ich habe immer noch gar nicht mehr friedlich aber wir kommen trotzdem zu wenig kautschuk ich muss ja kurz hier mal kurz abschicken was der ist auf patrouille das ist schon wieder so heiß höre ich öfter danke alter anu läuft schlechter als rainbow auf dem laptop ich habe gerade 38 erfährt bei rainbow hatte ich über 60 gut kannst du noch die einstellung ein bisschen erinnern ja aber es geht da wer da wer nichts gehen dort nein da war doch gerade der seife-traffrachter du bist nicht seife hä warum habe ich denn hier ein schoner mit bananen ach so da kommt das ja überfahrt ne naja ja das macht überfahrt auf keiner handelsroute das wäre auch witzig ein schoner einfach auf dran sieht konnte ich mir ja gar nichts von leisten oh du ich ja seife 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 was ist seife ne da will ich nicht erinnern oh stimmt ich habe nie lassen sie hochleben oh ne schon wieder ein stadtfest ich hasse stadtfest die hauptsache die seifenproduktion gestoppt also gut jungs ran an die arbeit kronin speck wie schön diese stadt einfach ist die city meine kaffee 1800 loll was wo ist hier joala bier steigt weizen ebenfalls wie sieht denn der eigentlich bei karoffels aus ich weiß ich habe mich auch noch gar nicht um voll und lade gekümmert ne geht das bedürfnis schon gigaretten schon her das bedürfnis schon her können. Ach, lol. Die waren noch unterwegs? Was war denn mein Plan? Wollte ich Benta angreifen? Keine Ahnung. Du willst ja ständig immer jemanden angreifen. Mikey, du darfst nicht gucken. Ha, aber ich kann nicht erzählen, was du machst. Illegal. Hä? Was hab ich denn hier hergeholt? Wahrscheinlich einige, hä? Schiff vom Stapel gelaufen. Ich hab ein Schiff gebaut. Das Wasser schäumt, Admiral. Hä? Hä? Zum Einsatz. Die Polonese Ost hat eine Attraktivität. Stimmt ja, ich habe mir ja einen Schlachtkreuzer-Skin gekauft. Flachtkurs steht. Lackscher will ich nicht. Nein. Kessel unter Dampf. Ich weiß zwar nicht, wie man mit einem Schlachtkreuzer eine Patrouille vorbeischleichen kann, aber es klappt. Na gut, dann passt das ja. Dann ist das Schiff jetzt wieder zurück, dann kann ich das direkt wieder losschicken. Denn ich brauche Schwohlträger. Das Wasser schäumt, Admiral. Boah, habe ich nicht, Margrit. Oh, Alfred nicht. Oh, dicke Sau, du. Oh, Alfred, du dumme Sau. Widerstand erfordert. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Sollen wir einfach mal wagen, eine Ausstellung zu machen? Ich würde ja gerne... Oh, mach mal, Alfred. Das hier prägt mich halt weiter nach vorne, indem ich halt... Ich komme nicht mehr zurück. Neue Ziele? Was? Neue Befehle? Flotte erwartet Befehle. Was passt. Hier ist heute was hier. Was? Paprika, Paprika. Flotte erwartet Befehle. Schiff unter Beschuss Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du unsere Schiffe sind Schiff unter Beschuss Schiff unter Schiff unter Schiff Schiff unter Schiff unter Schiff Schiff unter Schiff unter Schiff kann man festlegen, wie viel Öl hier drauf drin sein darf? Leute, bereit! Öl kann nicht mehr Schiff unter Schiff Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen Sie zaubern das einfach so aus dem Hut Schiff unter Beschuss Kampfdeck bereit machen Ölhapfen Schiff unter Schiff unter Schiff kommen ich glaube sein gebäude man kann tatsächlich die piraten hin zu einnehmen kommst du jetzt darauf weil ich hab dir gerade angegriffen haben gebäude zerstört und der beschuss und habe jetzt hier oben hat diese anzeige um die leben der insel das wasser schäumt admiral aber dafür habe ich zu wenig schiffe ich habe auch leider gar kein militär warte mal ganz ein kurzer blick auf die diplomatie ich auch ja ich bin die militärisch deutlich unterlegen aber ich bin den piraten militärisch überlegen ja gut aber ich habe halt auch viele verteidigungs dinge also theoretisch wenn wir gemeinsam gegen die piraten vorgehen könnten wir nicht für sie gut wir gehen nicht gemeinsam vor in die takelage kriegsschiff meldet sich zum dienst noch mehr siegel neuer befehle steuermann bringst du gute neuigkeiten bei dir erscheint alles so einfach was habe ich mehr als bereit hast du das eine dinge ich verstecke kaputt egal segel setzen wenn ich abgelehnt hätte hätte sie mir sowieso nicht den krieg erklärt hätte ich auch nicht du hast du hast in der neuen welt den krieg äh der geraten setzen sie den angriff fort oder die belagerung endet ich hätte es in der alten welt die frau weg gemacht wachdienst eingerichtet wachdienst eingerichtet neue befehle flotte geht auf schiff unter beschuss jetzt habe geschäft lotte segel information jetzt kommt es rauf an Investorengeschenke Ich will den Ölhafen bauen Jetzt eigentlich auf der Weltkarte aus, wo wir die Schiffe darüber segeln Acht Schiffe, zwei Schiffe, zwei Schiffe, ein Schiff, drei Schiffe Aus die Station Ah, der ist unterwegs Ach, schön Bereit zum Einsatz Schiff unter Beschuss Neue Befehle Wachdienst eingerichtet Wachdienst eingerichtet Wachdienst eingerichtet Flotte segelt in Formation Peppro noch ein bisschen Aber ich habe 20 Minuten noch Zeit, um Gulaschsuppen zu produzieren Na dann Was denn? Nix Ich fühl keine Selbstgespräche, ich schwieme Hey, ich mache hier gerade wieder eine Weltausstellung Äh, und brauche halt noch Super Hast du Gulaschs zufällig über? Hast du Gulaschs über? Wen habe ich? Ja, ich habe Gulaschs Gulaschs